Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 31. Episode von meinem Let's Play Alien Isolation. Ich bin Davy, ich tue euch natürlich ganz herzlich zurückbegrüßen, ob es alle neuen Abonnenten sind, alle neuen Zuschauer, nicht Abonnenten und treue Zuschauer zu diesem Let's Play. So, wir haben in der letzten Episode, in der letzten Sekunde noch eine kleine Begegnung hier fast im Schrank gehabt mit unserem allerliebsten Freund. So, jetzt wieder runter. So, naja. Das schaffe ich nicht mehr. Und wenn ja, jetzt hammerknapp. Es ist wieder in Rage Mode. Okay, wo bist du jetzt raus? Bist du weg? Ich will nämlich eigentlich da hoch. Ja, ja, ich höre dich schon. Ich höre dich schon. Dass du Krawall mal wieder machen willst. So, in den Schrank. Nur ist halt mein Winkel. Aber der ist optimaler hier. Dass wir sehen, wo er ist. Oh, ganz nah. Ganz nah. Ganz nah. Wieder weg. Jetzt wieder oben. Bei uns in der Nähe. Und? Springst du hoch in die Schleuse? Da ist eine Luftschleuse. Machst du jetzt? Nee, jetzt ist immer noch links. Es ist wieder im Jagdmodus. Ich höre es wieder Rennen. Laufen. Oder was? Laufen. Da ist er sogar. Das heißt. Yo. Ja. What soll man machen? Shit heavens. Scheiß drauf. Es ist ja so gut gelaufen. Einigermaßen. Da kommt es wie. Und macht uns das Leben zu Hölle. Nee, ich will nichts mehr wissen. Das einzigste, was ich will, ist zu diesem Scheißding kommen. Ich mache das später mit der Kartenaktualisierung. Ich will einfach nur hier raus. Einfach nur hier raus. So. Und am besten gehen wir wieder durch das da. Will ich mal gnadenlos behaupten. Hallo? Kletterst du hinein? Hallo? Kletter hinein. Verarsche. Ja, ich denke mal verarsche das. Hallo? Da warst du doch gerade. Klettern Sie mit. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Gut. Da draußen ist wieder die Kamera. Da draußen ist die Kamera. Aber ich glaube eigentlich sind wir wieder falsch hier. Ich glaube ich, wir müssen wirklich da runter. Oh. Und die scannt genau in den perfekten Winkel hinein. Drecksteil. So. Kommt, geht's schneller. Da können wir die Kameras ausschalten. Das werde ich auch jetzt gleich machen nochmal. Das wird aber eine knappe Geschichte. Komm. Beweg dich. Gott brauchst du lange. Komm, schneller. So viel Zeit haben wir nicht. Sehr schön. Gut. Das ist soweit dann gemacht. Sieht jetzt alle Kameras wenigstens aus. So. Ah, du arme Dame. Du arme Schabcha. Hey, hey, hey. So, Adela. Ah. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ist besser wie eine Kamera. Umfassbar das wie. Oha. Ja. Besser wie eine Kamera, das hässliche. Verdammte Vieh. So, haben wir schon zwei Fails in diesem Part drin. Ei, 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 ei. Das läuft immer besser. So. Das Problem ist halt, ich habe halt jetzt wirklich keine Möglichkeit. Ja. Das blöde ist halt wirklich die ganze Situation, von der ganzen Situation her abgesehen. Aber ich glaube, ich muss da runter. Ich glaube, ich muss da runter. Die ganze blöde Situation ist halt wirklich, ich habe halt keine Munition mehr für die Flammenwerfer. Deswegen wird halt diese ganze Situation einfach viel, viel schwieriger. Mit dem Flammenwerfer ist das ja alles so Pillepappe einfach gewesen. Ich verstehe auch nicht, wie ich 400 Muni einfach so verballern konnte. Ich vollidiot. Das verstehe ich immer noch nicht, aber egal. Haben wir halt jetzt keine Muni mehr. So, aber ich glaube, wir müssen irgendwas hier drin machen oder dadurch irgendwie kommen. Vielleicht können wir hier irgendwas aktivieren. Ja. Sieht so aus, dass wir doch hier drüber gehen müssen dann. So, ich will... Oh. Oh. Bleib sofort. Oh, ist das der Aufzug? Ja, das ist der Aufzug. Unfassbar. Unfassbar. Wie heißen wir den Aufzug? Yeah. Ich könnte gerade springen wie ein Beklopter. Ah, meine Güte. Heftig, heftig. Also, eh gewarnt, bin ich hier und habe einen Herzkreisläufer, weil das viel mich einfach so tierisch erschreckt. Äh. Yeah. Erstmal zu den Laboren. Genau. Wie wäre es einfach mal? Speichern. Halt. da ist was zum speichern sehr gut das ist hat optimal so jetzt interessiert mich was dahinten ist ich meine wenn ich jetzt verrecken tue ist es mir scheißegal ist mir wirklich schnuppe ich meine ich habe gerade ein dickes problem dass ich halt keine muni mehr für die scheiße flammenwerfer deswegen ist es mir scheißegal ob ich sterben gehe oder nicht wo muss ich überhaupt hin bin ich auf dem richtigen weg nicht da hoch muss ich aber trotzdem interessiert mich das erstmal was da unten ist vielleicht ist es ja eine abkürzung oder wir finden wichtige munition hey was geht ab ich habe vor kurzem etwas in den luftschächten gehört bleiben sie wachsam das muss man immer sein benutzen also wie war das noch mal ich habe keine ahnung ich mache jetzt einfach irgendwas ja wir haben ja ich hatte es das hast du schon vorhin gesagt aber das wichtige ist ich habe muni für den flammenwerfer auch wenn es nicht viel ist so gehen wir mal dort ron so viel clark ist so jameson clark ist tot als ich ihn das letzte mal gesehen habe bastelte er mit schrott von der station spreng körper zu seinem schutz ich habe ihm gesagt er soll vorsichtig sein aber als ich vom vorrats sammeln ist vorräte sammeln zurück kam fand ich nur explosionsschaden und blut ich bin jetzt allein also komme ich zu dir wo bist du allein okay freigeben gibt es da nichts da gibt es auch nichts fehler und fehler alles klar ach ja weißt du was noch beschissen ist hier alleine rumzugammeln so das haben wir hier alles sprengkapsel aber das haben wir ok warte dahinter die schächte oben habe ich nicht beobachtet man kann niemandem trauen ich muss mir selbst den weg durchschlagen ja 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 ihn wir da folgen ich weiß nicht wer sie sind aber sie sehen freundlich genug aus echt find ich das wirklich alles klar wenn du das so empfindest dann nehme ich das mal so auf so dann machen wir mal ein paar sachen rein so was haben wir rohrbombe ja rohrbombe ist sehr effektiv so basteln verdammt basteln ja was kann man da noch molotow cocktail kann man noch eine komponente rein machen und da hat die sprengkapsel sehr schön so was kann man noch verbraten da machen wir die mp mine mal ein bisserl sehr schön auch gott hoffentlich läuft es einfach weiter so 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 Der arme Typ. Ja, das war dann tot. Gut. Du warst zu blöd vom Winkel her. Ich gehe einfach weiter. Gehe einfach zum Speicherpunkt und vernachlässige es. Ja, wunderbar. Grantiös. Wenigstens gespeichert. Das ist wenigstens wichtig. Wenn wir jetzt sterben. Scheiß mir drauf. Wenigst gespeichert, das ist wichtig. Ach, hallo. Ja. Ja. Drecksvieh. Hoffentlich hast du Spaß daran gehabt. Ich beende dich hier mit dem Part. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Alien Isolation. Euer Davy. Tschüssi. Wenigstens gespeichert. Koski.